Hallo meine Lieben, ich bin es Sophia und ich begrüße dich herzlich zu einer Morgenmeditation. Du darfst gerne einfach im Bett bleiben, die Augen schließen, wenn du möchtest und dann entführe ich dich nochmal in die Entspannung. Dafür achte erst einmal auf deinen Atem, wo du ein- und ausfließen lässt die Luft. Lass noch eine Hand auf die Brust und eine Hand auf den Bauch legen und dich einfach mal wahrnehmen. Nehme dich wahr im Raum, wie viel Platz du im Raum einnimmst. Spüre, wie der Atem durch deinen Körper fließt. Was für ein wundervolles Gefühl, diesen Morgen zu sterben, in dem man erst einmal ganz bei sich ist. Du darfst dich einmal bei dir selbst bedanken, dafür, dass du da bist, dafür, dass du lebst und diesen wunderschönen Tag genießen darfst. Nehme dich wahr, indem du die Aufmerksamkeit längst auf deinen Körper. Du darfst dich einmal bei deinem Körper bedanken, dafür, dass dieser dir so gute Dienste tut. Oder hast du jeden Morgen ein anderes Körper teilgenommen und möchtest hervorheben und einfach mal Danke sagen, denn wir alle, wir finden es doch total schön, Anerkennung zu bekommen. Ich bedanke dich einmal an diesem Morgen bei dir, bei deinem Körper. Schicke ganz viel Liebe und Heilung in die Stellen deines Körpers, die vielleicht gerade besonders viel Aufmerksamkeit brauchen. Vielleicht gibt es eine Stelle in deinem Körper, die weh tut. Und schicke dort ganz viel Heilung, Liebe und Energie hin. Vielleicht hast du Kinder und kennst das, wenn dein Kind krank ist. Dann meckerst du ja auch nicht mit dem, sondern schenkst ihm ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit. Du kümmerst dich ganz liebevoll und genauso, dass du das auch in deinem Körper machst. Ganz viel Liebe und Heilung an deinem Körper schicken, an dich selbst und dich bei allem bedanken, was gut funktioniert und gut läuft. Und oft wissen wir das nicht zu schätzen. Deshalb ist jetzt der gute Zeitpunkt dafür. Das ist jetzt der gute Zeitpunkt. Das ist der gute Zeitpunkt. Das ist der gute Zeitpunkt. Das ist jetzt der gute Zeitpunkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit so viel Liebe und Positivität wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Mache was immer dir gut tut und damit wünsche ich dir einen guten, guten Tag. Ganz viel Entspannung und bis spätestens heute Abend oder morgen früh. Danke, Sofie.